Ihr müsst euch zunächst auf startnext www.startnext.com anmelden. Ohne geht es leider nicht. Und dann, wenn ihr angemeldet habt, dann navigiert ihr auf unsere Projektseite. Und dort könnt ihr dann rechts euch die Goodies aussuchen und uns dann mit einem Betrag fördern bzw. unterstützen. Ihr könnt zum einen über Lastschrift, zum anderen über Kreditkarte, ihr könnt auch über Sofortüberweisung oder über Vorabkasse uns fördern bzw. an diesem einen Tag unterstützen.